Unser nächster Gast war vor etwa zwei Jahren schon mal Gast in das All-20 Nachtmusik und seitdem ist viel passiert in ihrer Karriere. Sie ist die Moderatorin der NDR Talkshow geworden, sie hat eine erfolgreiche Langschieplatte rausgebracht und hat jetzt eine zweite CD nachgelegt mit dem Titel Nochmal nur anders und sie singt aus diesem Album An mir ist alles echt und wir haben heute Nachmittag gemeinsam geprobt und ich kann diese Aussage nur bestätigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Barbara Schöneberger, 1, 2, 3, 4. Es gibt Rolex für 10 Euro, Nerze aus Polyamid, Wiener Würstchen aus Korea, es gibt Luxus auf Kredit. Es gibt Kaffee, Koffein frei, April-Scherze im Mai, es gibt Reiß, auch ohne Fleiß. Es gibt Frischluft aus der Dose, schwarze Schafe bei den Grünen, es gibt Plastikweihnachtsbäume von Schönecken in Ostberlin. Es gab Hitlers Tagebücher, Wertpapiere krisensicher. Du fragst dich, was du an mir hast. An mir ist alles echt, das gute Gut, das schlechte Schlecht. An mir ist alles dran, was man von mir erwarten kann. Ich geb dir kein Versprechen, um's irgendwann zu brechen. Bei mir ist drin, was draufsteht, wenn man draufsteht. An mir ist alles echt. Guten Abend, Herr Eismann. Hallo. Ich werde niemals hungern, damit mein Fummel besser sitzt. Und ich werde auch niemals lachen über deinen schlechten Witz. Ich werde dich ganz bestimmt nicht täuschen, mit zu tun, als ob Geräuschen. Das, was du siehst, ist, was du kriegst. An mir ist alles echt, das gute Gut, das schlechte Schlecht. An mir ist alles dran, was man von mir erwarten kann. Ich geb dir kein Versprechen, um's irgendwann zu brechen. Bei mir ist drin, was draufsteht, wenn man draufsteht. An mir ist alles echt. Ich geb dir kein Versprechen, um's irgendwann zu brechen. Bei mir ist drin, was draufsteht, wenn man draufsteht. Ich geb dir kein Versprechen, um's irgendwann zu brechen.